17 Fehler, die ihr in Palworld nicht begehen solltet, also 17 Einsteigertipps, bleibt dafür auf jeden Fall dran. Liebe Leute, ich bin Fragnath und hier dreht sich alles rund um Open World Games. Herzlich willkommen, falls ihr mich noch nicht kanntet. Falls ihr mich noch kennt, ich war gerade weg, weil ich krank war bzw. noch bin. Das Antibiotika hat reingekickt und deswegen konnte ich ganz gut Palworld jetzt spielen, zumindest am gestrigen Tag und heute mit verschnupfter Nase und leicht hustender Lunge, was für euch aufnehmen. Ja, 17 Einsteigertipps, die mir auf jeden Fall massiv geholfen haben. Wir machen mal kurz, dass es Tag ist und dann starten wir rein. Allez hopp, einmal ins gemütliche Bett. Einer meiner größten Fehler am Anfang war es, dass ich mir eine Basis gebaut habe mit nur einem einzigen Erzvorkommen in der Basis selber. Das habe ich sehr, sehr schnell bereut, denn tatsächlich brauchst du dieses Erz dann auch sehr, sehr zeitnah. Am Anfang noch nicht so und du denkst dir so, hä, wofür brauche ich das eigentlich? Nicht aber, ja, spätestens Level 10 oder so, da fragst du dich dann doch, okay, wo kriege ich das nächste Erzvorkommen her? Deswegen such dir gerne von Anfang an eine Basis, wo das Erz dann ist. Du brauchst es später nämlich massiv viel für Metallwaren und Folgeprodukte. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Achte also darauf, dass du das von Anfang an hast. Fehler Nummer 2, den ich am Anfang begangen habe. Ja, ich habe mir nicht direkt die stärksten Starterperls besorgt, sondern erst einmal welche, die ich süß fand. Das heißt, ich habe angefangen natürlich mit einer Horde Lammbälle und ich habe Katibas und Chickpeas hier oder Chickpeas in meiner Basis gepackt. Ja, das sah dann alles süß aus, aber gut funktioniert hat es dann nicht. Da bin ich dann umgestiegen. Und ich würde euch für den Anfang vor allem empfehlen Fox Spark. Wir sind halt vor allem gut gegen Pflanzengegner, also in eurem Team, aber auch für die Basis, um hier zum Beispiel am Feuer zu arbeiten. Ja, später nimmst du dann so einen Asox, der ist doppelt so effizient, aber für den Anfang passt das, um zu kochen, um die Fackeln anzumachen, brauchst du auf jeden Fall. Die findest du ja ganz einfach im Startergebiet. Auch Pengulets sollte man auf jeden Fall haben, allein für die Bewässerungsfunktion. Und ein Gumos, ja, der ist nur ein Planter am Anfang, aber das war wirklich sehr, sehr praktisch, denn du hast hier von Anfang an diese Beete. Und die werden dann eigentlich, ja, in Zusammenarbeit von Gumos und Penguin bewässert und natürlich gepflegt. Dann gibt es Beeren und da können sich dann jetzt eigentlich völlig autark deine Perls ernähren. Die packen ja immer wieder Essen rein und bedienen sich dann und mit Beeren sind die völlig zufrieden. Das passt also super, so hast du schon mal dein eigenes funktionierendes Ökosystem geschaffen. Aus Pengulet und Gizmo, wie der hieß er, Gumos, ja, die beiden. Der dritte Fehler, den ich gemacht habe, ja, zu spät erkunden. Ich bin am Anfang wirklich erstmal nur in meiner Base geblieben und habe da nicht erkundet. War einfach nur, ja, meine Sachen gebaut und wollte am Anfang vielleicht auch, dass es schön aussieht. Das war aber ziemlich verschwendete Zeit, ehrlicherweise. Denn man muss sagen, je mehr und je schneller ihr erkundet, umso schneller steigt ihr in den Stufen auf, umso mehr verschiedene Rohstoffe findet ihr. Und das bedeutet Fortschritt und schönere Sachen und bessere Sachen. Und ja, eigentlich würde ich sagen, man muss einen guten Mix finden, aber ich würde euch empfehlen, so viel wie möglich nur erkunden, erkunden, erkunden. Das ist die Meta. Und da kommen wir auch schon zu Fehler Nummer 4, den ihr nicht begehen solltet. Langsam leveln. Was meine ich damit? Ja, immer und immer wieder vielleicht dieselben drei Mobs killen, also dieselben drei Pals killen. Das bringt nichts, sondern ich würde euch nämlich folgendes zum Speed leveln empfehlen. Jeden Gegner, den ihr einmal tötet, kriegt ihr dann als Quest. Und den müsst ihr dann insgesamt zehnmal töten. Habt ihr den insgesamt zehnmal getötet, dann ist diese Quest auch vorbei. Aber während dieser Quest gibt es extrem viel mehr EP. Ihr seht hier oben, ich kriege kaum noch EP für diese hier. Geht mal aber in ein Gebiet oder findet Gegner, die ich noch seltener gefarmt habe, dann gibt es sowieso mehr. Ach ja, wichtig, fürs Töten gibt es immer weniger, beziehungsweise gleich viel wie fürs Fangen, außer du hast eine Quest. Also wenn du eine Quest hast, die also noch nicht zehnmal gefangen hast, dann immer fangen. Du kannst im Nachgang immer noch freilassen, was weiß ich was mit denen machen. Du kannst dich später fusionieren und aufleveln oder schlachten, sogar was ziemlich grausam ist. Generell nutzt man die Tiere hier, ja oder weiß nicht was, Wesen in diesem Spiel extremst aus. Alleine die Schlachtenfunktion finde ich schon ein bisschen cruel. Aber gut, Ash in Pokémon hat auch Fischstäbchen gegessen aus Stern-Dus wahrscheinlich. So, das nächste ist jetzt ein ziemlich cooler Geheimtrick meiner Meinung nach, nämlich ein Teleport, mit dem ihr euch über die Map teleportieren könnt. Und zwar ohne da überall rumzulatschen. Wie geht das? Zwei Möglichkeiten, entweder Optionen, also Option 1, ihr stürzt euch von der Klippe und sterbt durch genug Fallschaden. Option Nummer 2, ihr geht irgendwo hin, wo ihr umgeklatscht werdet. Aber packt vorher bitte all euer Zeug in Kisten. Die Alternative wäre, dass ihr auf einfach spielt, dann gibt es diese Strafe nicht. Denn wenn ihr sterbt, könnt ihr euch respawnen lassen an sogenannten Respawn-Markern. Zum Beispiel hier am Ebene des Aufbruchs, ungefähr hier, ja da wo man das erste Mal das Spiel startet. Aber ihr seht auch hier war ich schon zum Beispiel. Und da bin ich einfach gerespawned, hab mir dann diesen Teleportpunkt hier geholt und hatte einen auf der Eiswindinsel mit ganz anderen Perls zur Verfügung. Selbes Spiel hier, auch das, ja Univolt habe ich nur besiegt, weil ich hier mir den Spawn ausgesucht habe nach dem Tod. Und dann habe ich das hier mir geholt, diesen Teleport. Dann kann man zurück sich porten und wieder hin und dann da erkunden, ohne dass man den Weg halt fliegen oder laufen muss. Gerade am Anfang, wenn man noch nicht fliegen kann, da dauert es natürlich sonst ewig. Also ziemlich cooler Trick, sich einfach sterben zu lassen. Dafür braucht ihr natürlich Gegner, die euch umklatschen können. Bei mir ist das jetzt hier mit Level 30 mittlerweile sehr, sehr schwierig in dem Gebiet vom Anfang. So, ich kletter mal hier hoch in mein Lager. Denn einer meiner Fehler war es eben so, dass ich spezialisierte Perls wirklich unterschätzt habe. Zum Beispiel hier die Dick Toys. Die kann eigentlich nur diggen. Ja, die ist nur Bergbauer. Aber Bergbauer 3, Stufe 3. Ich habe am Anfang viel Allrounder eingesetzt. Viel Affen zum Beispiel und so weiter. Und die sind auch wirklich gut und praktisch. Aber ihr seht es, wie schnell hier der Stein abgebaut wird. Unglaublich schnell. Und deswegen diese spezialisierten Perls sind extremst nützlich. In dem, was sie tun, sind sie meistens sehr, sehr gut. Und selbst wenn sie nicht besser sind, stellt ihr wenigstens sicher, dass diese eine spezielle Aufgabe erfüllt wird. Zum Beispiel, ihr habt ein Feuerperl und dann wollt ihr hier was kochen lassen. Das macht ihr auch. Und dann kann das ja nur dieser Feuerperl machen. Und dann ist klar, wer das machen muss. Und es kommt nicht zu irgendwelchen Staus, irgendwelchen Fehlern oder so. Deswegen Spezialisierung kann man auch für sich nutzen, wenn man einfach nur eine begrenzte Anzahl von Aufgaben hat. Ja, dann weist sie doch den perfekten Perls zu. Aber natürlich auch der nächste Fehler. Fehler Nummer 7, Allrounder Perls sollte man auch nicht unterschätzen. Mein absoluter Mega-Allrounder ist hier der Robin Quill. Robin Quill, wirklich absolute Maschine. Schaut ihn euch an, die Stats hier links. Ihr müsst auch gucken, was kann ein Perl. Ganz links ist das Feuersymbol, das rote. Ja, der kann Feuer machen. Hat er da eine 2 stehen, dann kann er besser Feuer machen, wie zum Beispiel hier unser Arsox. Dann gibt es ja noch die Gießkanne. Ja, offensichtlich gießt man dann. Dann gibt es noch das Saatgut. Dann bestellt man Felder. Dann gibt es den Blitz für Elektrizität. Die Hand für Handwerksarbeiten. Ja, der geht dir zur Hand im wahrsten Sinne des Wortes. Das sind nur humanoide Perls, die eigentlich fast auch schon Aufgaben erledigen können wie du. Ihr seht, da gibt es ja eine Reihe von Symbolen, auf die ihr achten müsst. Meiner Meinung nach auch super wichtig ist es, dedizierte Träger zu haben. Die Kilamari eignen sich dafür perfekt. Die flottern einfach so über den Boden und tragen dann mit einer Kapazität von 2 ganz gut. Der Robin Quill, der hat auch eine Kapazität von 2, aber der würde dann von anderen Aufgaben abgehalten werden. Und das Tragen von Sachen ist in der Prioritätsliste. Es gibt immer so eine Prioritätsliste ganz hinten. Das heißt, am Ende liegt der hier vor Sourcenhaufen. Was ja auch in Ordnung ist. Aber so ein guter Mix von Allroundern und speziell zugewiesenen Perls, das ist es. Fehler Nummer 8. Ihr seht, ich habe da oben meine eigentliche Basis, aber hier eine neue. Und ich hätte es von Anfang an machen müssen. So eine flache Basis. Die ist so viel besser. Auf allen Ebenen besser. Erstmal die riesigen Perls. Die können hier nirgendwo stecken bleiben. Bei mir da oben, die fallen von der Brücke. Die sind da dann stuck für Tage und verhungern teilweise, wenn ich die da nicht wiederhole. Also ich muss echt viel micromanagen, wenn ich da so eine mehrstufige Basis habe. Also hier oben wirklich. Das hier funktioniert super. Gut, hier sind auch nur wenige Aufgaben. Gehen wir mal zurück. Hier wie gesagt. Da. Stuck. Und zwar ständig an der Stelle. Gerade natürlich die großen Perls. Hier fallen die immer runter. Die wollen hier dann abbauen. Kommen da dann nicht hin. Und dann fallen die da runter. Ja, und dann muss ich das Zeug immer selber holen. Echt nervig. Selbiges Spiel gilt für die Treppen. Wobei die packen sie meistens. Also ich finde es natürlich ästhetischer irgendwie so eine mehrstufige Basis viel interessanter. Aber das Spiel ist noch so früh und so verbuggt. Das funktioniert einfach nicht. Und warum will einer mit Feuer baden? Na ja. Baut euch auf einer flachen Ebene die Basis. Es ist wirklich wichtig, meiner Meinung nach, das zu machen. Es gibt gewisse Spots auf der Welt, die sind immer wieder gleich befüllt. Und da seht ihr es auch schon unten. Ich hole mal meinen Nightwing. Geht das vielleicht hier oben? Hui. Boah, grundsätzlich geht das schon. Ich spring einfach mal runter. Merkt euch die Spots mit den wichtigen Sachen in der Welt. Zum Beispiel Bosse, Eier oder auch Level-Ups. Aber auch zum Beispiel hier die Käfige von Team Rocket. Die sind immer wieder die gleichen, beziehungsweise an den gleichen Positionen. Hauen wir mal hier die Gun raus. Ich habe jetzt zwar schon noch eine andere Pistole freigeschaltet, aber noch nicht gecraftet. Ja, und hier seht ihr es. Diese Käfige, die sind immer befüllt mit meistens recht seltenen Perls. Und die Käfige sind immer wieder neu befüllt. Und die Lager auch. Genau wie alles in der Welt respawn. Wie das Holz, das Erz, die Bosse, alles respawn, auch diese Käfige. Und da hast du teilweise eine gute Möglichkeit, hier an relativ seltene Perls ranzukommen. Hier, die Mau-Chris, die kannte ich noch gar nicht, soweit ich weiß. Das war jetzt hier zum Beispiel eine super Möglichkeit, nochmal an neue Perls zu kommen. Also behaltet das im Kopf. Wo sind diese Spots? Gerade solche Käfige finde ich persönlich immer sehr, sehr praktisch, sehr, sehr spannend. Und kann man auf jeden Fall ganz gut nutzen. Ja, Nightwing hat mal schön hier gewandelt. Wo wir beim Thema Bosse sind. Die Respawn, die könnt ihr farmen. Merkt euch also die Boss-Positionen. Meine Güte, Pistole echt wirklich OP hier im Anfängergebiet. Hier war ich echt lange nicht mehr unterwegs. Na, also hier können wir jetzt reingehen, an dem Bosskampf teilnehmen. Und das kann man halt mit allen Bossen machen. Einmal so krassen Bossen, aber auch so Zwischenbossen. Und da könnt ihr dann halt wirklich das als Farmrun nutzen. Und uralte Teile farmen. Und, und, und. Das ist also wirklich eine sehr praktische Methode. Da unser Nightwing mal spawnen hier, wa? Das hier ist übrigens der erste, ja mal heftige Bossin im Spiel. Und beim ersten Mal stand ich eigentlich die ganze Zeit hinter einer Säule. Und meine, äh, meine Pels haben ihn dann platt gemacht. Das funktioniert nämlich. Ihr könnt so die Bosse cheesen. Ihr seht's. Ich steh einfach hinter der Säule. Manche Bosse haben eine Fähigkeit, dass die durch die Säule geht. Ja. Aber ihr seht, im Endeffekt kann ich den so cheesen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Pell hab hier, der ihn trotzdem platt macht. Ich könnte jetzt hier AFK das Ganze genießen. Manchmal gehen die dann halt auf eure Pells. Das ist dann natürlich nicht so gut. Aber grundsätzlich coole Möglichkeit. Einfach, falls ihr mal im Bosskampf steht und wirklich ein Problem habt, könnt ihr ja nutzen. So. Boss eliminiert. Zum Zweiten. Kann man also wiederholen, wenn man möchte. Und das geht, wie gesagt, mit allen Bossen. Ihr könnt Ressourcen farmen. In den Dungeons, USW. Aber so richtige Bosse, die haben halt so Leuchtspots auf dem Boden. Da werdet ihr ja so runtergeportet in den Bossraum. Das sind die entscheidenden. Ich hab übrigens Lugia gefunden. Hier oben. Ach, Quivern hieß es natürlich. Ihr seht ja eh, wo die markiert wurden. Ja, und die Bosse könnt ihr im Übrigen auch fangen, was echt praktisch ist. Also aktuell alles wiederholbar. Ihr müsst auch nicht auf eure Freunde warten, wenn ihr auf dem Server gemeinsam spielt und ein schlechtes Gewissen haben, weil ihr irgendwas mal alleine gemacht habt. Das kann man alles wiederholen. So, fangen wir uns den hier mal. Flup. Ich weiß nicht, wie viele wir von ihm schon haben. Oh, da geht noch ein bisschen was. Ihr seht, Bonus-EP. Nice. Fehler Nummer 11, den ihr nicht begehen solltet, ist es, einfach planlos durch die Welt zu rennen. Ich weiß, das verlockt so dazu, aber es gibt immer Points of Interest und die erkennt ihr vor allem beinahe. Alles, was leuchtet, könnte ein potenzieller Point of Interest nämlich sein. Und das ist dann hier zum Beispiel eben in diesem Fall dieser Turm mit dem Boss. Also an diesen Türmen könnt ihr euch eigentlich immer orientieren. Aber natürlich auch an diesen Upgrade-Sphären. Das solltet ihr auf jeden Fall im Kopf behalten. Merkt euch, wo ihr welches Perl farmen könnt. Merkt euch die Spots für alles. Und dann seid ihr auch ziemlich effizient, wenn ihr irgendwas Neues machen wollt. Wissen ist hier an der Stelle auf jeden Fall mal. Ja, und so Points of Interest. Die haben eigentlich immer irgendwas zum Mitnehmen oder irgendwas zum Aktivieren. Und wenn das schon leer ist, dann wart ihr schon da. Da kann man sich dann relativ sicher sein. Ach, guck mal. Wir haben noch nicht genug Kremi gefangen. Dann machen wir das mal. Flup, hol mal eine Kiste. Das ist so nice, dass du die einfach hier vom Vogel aus looten kannst. Hier die Mamu-Rest. Die würde ich euch am Anfang empfehlen zu umgehen. Könnt ihr dann später mal machen. Ich glaube, ich mache den hier auch gleich mal platt. Kannst du auch fangen. Super cool. Habt ihr ja schon in meinem Lager gesehen. Tipp Nummer 12. Einer meiner Fehler war es, dass ich das zweite Lager schon super früh zur Verfügung hatte. Das kriegt ihr hier, wenn ihr das Lager verbessert. Irgendwann kriegt ihr hier so ein zweites Lager. Macht das sofort. Und am besten, wenn es geht, auf ein Erzgebiet. Ich habe es jetzt hier auf eine, ja, ich habe hier einen Steinbruch und einen Holzfällerlager draus gemacht. Das passt auch. Aber konzentriert euch auf zwei, drei Rohstoffe und nutzt das als Satellitenlager, um euer Hauptlager zu befeuern. Also hier wird geschlafen, auch gut geschlafen, gebadet und dann natürlich hier Holz gehackt und Stein gehackt. Das wird hier gemacht. Ansonsten gibt es hier noch ein Erzvorkommen, was dann regelmäßig respawnt. Sobald es da ist, wird es auch abgearbeitet. Und die Perls bringen dann alles in diese einzige Truhe. Ich habe hier also richtig viele Träger und Erzabbauer und Holzhacker. Natürlich ein paar, die sich um das Ganze hier kümmern, dass das auch besät wird und dass es hier dann immer was zu futtern gibt. Also ihr merkt, die Grundbedürfnisse sind hier alle auf jeden Fall gedeckt. Und dann funktioniert so ein Lager komplett autark. Ich habe hier ein paar Welle drum gemacht, schön flach. Und im Endeffekt wird hier einfach nur den ganzen Dach Stein produziert, Holz produziert und das unendlich viel mehr, als ich verbrauchen kann, während ich früher immer Mangel hatte. Also ehrlicherweise hatte ich wirklich nie genug. Wie macht man das dann? Man nimmt sich hier so ein bisschen was aus der Truhe. Ne, hier ist die Truhe. 1.000 kann man nicht tragen, leider. Erfahrungsgemäß kann man so 150 Steine immer ganz gut tragen. Habe ich jetzt nicht an der Stelle. Also zweites Lager bei mir sieht so aus. Ich habe hier auf jeden Fall welche, die eben gut im Holzhacken sind, gut im Erzabbauen sind. Das war's. Dann habe ich hier einige Träger. Vier Stück. Von den Killamari. Ein Hangyu, der ist auch richtig super. Ein paar Allrounder. Zum Beispiel auch Felder bestellen können. Und ganz, ganz wichtig, Dumut zum Bewässern der Felder. Und der kann auch tragen und auch Erzabbauen. Also brauche ich nicht hier so einen Pangulett-Splot, der einfach nur quasi für ein bisschen Tragen und ein bisschen Gießen gut ist. Sondern der hier macht das dann auch zusätzlich zum eben zum Abbauen. Also das funktioniert ganz super. Und man nimmt sich dann ein bisschen was hier aus der Truhe raus. Und dann geht es einfach ab, zurück ins Hauptlager. Und das Coole ist ja, die Truhen sind ja lagerweit, nicht komplett weltweit. Aber hier kann ich dann einfach in die Truhe das reinpacken. Meine ganzen schweren Sachen, die ich so gesammelt habe. Alles klar, ab dafür. Ich habe jetzt mittlerweile auch 800 Tragekapazität, weil ich das einfach sehr entspannt finde. Wenn man viel hat, ist mir wirklich wichtig. Ja, und dann sammle ich jetzt hier mein Zeug. 104 Metallbarren, endlich! Ich muss nämlich hier das Palsphären-Fliesbandwerk bauen. Aber dafür brauche ich noch 19 Nägel natürlich. Das heißt, wir müssen 10 Stück hiervon produzieren lassen. Das könnt ihr übrigens ganz easy machen, indem ihr entweder hier unten switcht mit 1 und 3. Und dann hier zum Beispiel euren Robin Quill, dieser Werkbank, wirklich zuweist aus eurem Team. Andererseits könnt ihr natürlich auch hier Pals aufheben, mit F, und dann da hinwerfen. Das geht halt auch so zum Beispiel dann. Aber der Robin, der arbeitet da ja natürlich jetzt schon sehr, sehr fleißig. Und der ist auch wirklich zugewiesen, solange ihr hier dann in der Nähe seid. Ansonsten kommt der natürlich mit euch mit nach draußen. Aber das macht er jetzt schon ganz gut. So, Fehler Nummer 13. Ich habe am Anfang den Fehler gemacht und gedacht, oh, das brauchst du ja alles. Ja, ich habe sogar das holzerne Wohnzimmer-Set mir geholt. Irgendwann habe ich dann gemerkt, wait a minute, das war eigentlich ziemlich sinnlos. Denn tatsächlich wollt ihr natürlich nur Sachen nehmen, die ihr braucht, wo ihr wisst, okay, da ziehe ich vielleicht einen Nutzen draus. Das sind vor allem natürlich so Upgrades für den Daydream. Das ist übrigens insane. Den braucht jeder in seinem Team, weil der ist immer da und schießt. Kann aber nicht sterben. Ist quasi wie so ein Geschützturm neben euch. Aber Achtung, beim Bauen nervt er manchmal. Der fliegt eigentlich immer irgendwie dahin, wo ihr bauen wollt. Also, wenn ihr bauen wollt, weist den irgendeiner Sache zu. Ansonsten nervt er. Ja, hier gibt es jede Menge super wichtige Upgrades. Natürlich vor allem hier der Hochofen, der ist ein Game Changer, weil du damit dann eben Metallbarren machst. Und dann geht es halt ab in die Metallzeit. Ihr seht ja eh, was irgendwie später nochmal kommen wird. Das ist auch teilweise entschieden dadurch, was ihr schon so gefunden habt von Perls und so weiter. Und was für Gegenstände ihr schon kennt. Alles, was eigentlich eure Perls effizienter, glücklicher macht, ist auch immer sehr, sehr sinnvoll. Und natürlich, was euch stärker macht. Mein nächstes Ziel ist hier, Pistole und Pistolenmunition herzustellen. Ich sehe, das kann ich auch schon machen. Aber zunächst werde ich hier das Fließbandwerk erstellen. Ja, Tipp Nummer 14 ist eigentlich kein richtiger Tipp, aber ich finde es witzig und komisch zugleich. Ihr seht, wen habe ich denn hier gefangen? Wir tauschen ihn mal aus. Es ist ein Liga-Anhänger. Der ist dann ganz normal in eurem Lager und arbeitet wie ein Perl. Ihr könnt Menschen fangen, will ich euch damit sagen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von unwahrscheinlich. Also wenigstens solltet ihr vielleicht eine Megasphäre probieren, wenn nicht sogar eine Gigasphäre. Das liegt dann teilweise im 1, 2, 3 Prozent Bereich, dass es klappt. Aber ihr könnt Menschen fangen und wie Perls halten. Das ist sicherlich ein Fehler. Ich finde es nämlich einfach nur creepy. Ich habe es aber gemacht, um es euch zu zeigen, dass es geht. Der kann auch nichts. Der hat Hand 1. Und ihr seht, hier ist kein Icon. Das ist nicht so vorgesehen. Ja, aber es geht auf jeden Fall. Könnt ihr mal ausprobieren. Ein weiterer Fehler meiner Meinung nach ist es hier, den Nightwing-Sattel zu spät zu craften. Sobald ihr das habt, verändert sich nämlich die Wahrnehmung eurer Welt wirklich. Ihr habt dann Nightwing. Und Nightwing zu reiten, ihr habt es ja eben gesehen, das verändert es einfach. Weil ihr seht, irgendwo ein Leuchtstreifen. Okay, die sind jetzt echt weit weg. Das sieht alles echt immer sehr nah aus. Aber ihr könnt da halt hinfliegen. Das verbraucht Ausdauer und ihr könnt nicht unendlich fliegen. Aber ihr könnt es. Und das macht echt viel möglich. Also sobald ihr diesen Sattel habt, flattert erstmal hier die ganzen grünen Punkte ab und so weiter. Ja, dann geht es einfach flotty voran mit Nightwing. Da könnt ihr so richtig schöne Erkundungstouren flattern. Hier lang und da lang. Und auch wenn ihr eigentlich noch gar nicht da hin könnt. Zum Beispiel hier ins Endgame-Gebiet. Hier ist so eine absolut brutale Festung mit irgendwie so Level 45 Gegnern. Aber ansonsten ist es da übrigens komplett tot. Also ich glaube, das Spiel ist da noch lange nicht fertig ausgestattet. Macht aber auch nichts. Der Anfang macht ja jetzt erstmal Spaß. Fehler Nummer 16. Die Pokéballfehler. Äh, Perlsphärenfehler. Es gibt mehrere Stufen. Du schaltest nach und nach mehr und mehr frei. Und am Anfang sind die sehr teuer, sehr unerschwinglich. Für mein Empfinden zumindest. Gerade die Megasphäre fand ich am Anfang krass. Metallbarren. Ich habe ja nur drei. Als ob ich jetzt das mache. Das wird irgendwann erschwinglicher. Macht das erst, wenn es sich für euch gut anfühlt. Ihr euch damit wohlfühlt. Und ihr denkt, ja, die Ressource ist da gut investiert. Ansonsten müsst ihr halt einfach ein paar mehr Perlsphären vom ersten Level craften und auf die Gegner werfen. Irgendwann wird es halt ineffizienter, wenn ihr jetzt halt zehn davon werfen müsst. Und dann doch lieber davon fünf. Ne, also irgendwie im Verhältnis ist es dann später auch wieder besser, die herzustellen. Aber für den Anfang genügen auch jetzt die, die einfachen Perlsphären. Damit habe ich sogar auch, glaube ich, hier sogar so einen Mammut gefangen. Allerdings habe ich da auch 30 Mal drauf geworfen. Also das hat dann irgendwann geklappt. Ist übrigens auch eine coole Sache als Crowd Control im Kampf. Ups, jetzt war eine seltene Sphäre. Einfach auf einen Perl das draufwerfen. Der ist da ja erstmal aus dem Kampf draußen. Kann euch nichts anhaben und ihr konzentriert euch auf den anderen. Auch ein cooler Tipp. Tipp Nummer 17. Ein Minitipp. Ja, wahrscheinlich ist es für euch schon eh zu spät. Aber falls ihr wirklich nochmal neu anfangt und nachts ist es ja, wissen wir alle, kälter als draußen, dann macht euch doch ein Lagerfeuer. Dafür braucht ihr einfach nur Holz. Weißt, ihr seid irgendwo unterwegs, friert euch den Pöppis ab, dann einmal kurz den Baum gehackt. Der hat natürlich nur drei Holz dabei. Ist klar. Der nicht Lagerfeuer hergestellt. Vielleicht habt ihr sogar einen Perl dabei, der euch helfen kann. Vielleicht noch nicht. Wahrscheinlich noch nicht, denn ganz am Anfang ist das nicht so. Ja, und dann habt ihr hier Feuer und das wärmt euch und ihr erfriert nicht. Ganz coole Sache. Habe ich auf meinem allerersten Trip gemacht, als ich hier raus bin. Ich hatte wirklich Schiss. Und damals waren die Kativasen noch eine Bedrohung für mich und die Lamber als krasse Gegner. Und die haben so richtig schön rumgerollt. Das war legendär. Ja, hat mir auf jeden Fall geholfen. Vielleicht euch ja auch. Würde mich auf jeden Fall freuen. Das Spiel ist aktuell noch sehr, sehr verbuggt. Und eine sehr krasse Alpha, muss ich ehrlicherweise sagen. Also das Endgame ist noch komplett non-existent. Die Gebiete sind nicht ausstaffiert. Aber das Spielprinzip an sich finde ich genial. Das macht wirklich eine Menge Spaß. Und ich hoffe, ihr habt da auch jetzt viel Freude mit. Falls euch das Ganze noch nicht bekannt war. Mein Partner ist eneba.com. Und da gibt es PSN-Guthaben zum Beispiel super günstig. Für 92 Euro kriegt ihr hier tatsächlich 100 Euro Guthaben. Kriegt man da Pal... Oh, man kriegt sogar Palworld dort. Für Steam kann man da auch bekommen. Ich glaube, es kostet hier allerdings 22,75. Was, glaube ich, ein bisschen weniger als auf Steam. Bestseller sind hier eh die PSN-Guthaben-Karten. Wenn ihr mich supporten wollt, gerne über den Link unter dem Video hier. Ihr seht, hier könnt ihr auf jeden Fall immer eine Menge sparen. Gut, hier hat man es jetzt nicht gesehen. Aber gebt hier einfach mal PSN DE100 ein. Dann kommt ihr hier auf die Seite PSN-Guthaben. 100 Euro, 83 Euro. Jopp, das klingt doch gut. Dann gibt es noch die PayPal-Service-Gebühr. Sind wir bei 88,60 Euro für 100 Euro Guthaben. Cooler Deal. Ist unter dem Video verlinkt. Wenn ihr mich supporten möchtet, dann freue ich mich. Und ja, es werden noch weitere Videos zu Palworld folgen. Also folgt mir gerne. Würde mich freuen. Ich sage danke. Eure Schranke. Tschüssi. Und ja, vielleicht sind hier noch Videos, die euch interessieren übrigens. Das könnte auch der Fall sein. Jetzt bin ich aber wirklich raus.